Ob Riesen8 jetzt der entscheidende Reason ist, für Leute auf Reason umzusteigen, das wird eins unserer Themen sein. Also dranbleiben! Musetalk News der Woche werden präsentiert von Hofer College. Mit Hofer College lernst du Tontechnik bei dir zu Hause. Jeden Monat erhältst du ein umfangreiches Kursheft plus DVD mit Beispielen aus echten Studioproduktionen. Du löst Praxisaufgaben und erhältst persönliches Feedback von deinen Tutoren. Immer alles inklusive, zum Beispiel mit Zugang zum Online-Campus, mit weiteren Video-Tutorials. Mehr Informationen auf www.hofer-college.de Herzlich Willkommen zu Musetalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich Willkommen zu Musetalk Stammtisch und die News der Woche. Und in der Runde heute unter anderem der Tom Ammermann. Hallo Tom! Du bist Mr. New Audio Technology. Ihr macht auch ein Plug-in. Das nennt sich der Spatial Audio Designer, richtig? Das ist unser Plug-in und wir haben auch eine Standalone-Version. Das ist die Spatial Soundcard. Damit kann jeder auf seinem Rechner auf der Stelle alles, was stattfindet, in Surround. 3D nicht, aber in Surround hören. Also sich mal eben kurz in ein Studio reinsetzen oder auch einfach nur dort Stereo in einem coolen Studio abhören. Cool. Mit dabei der Macher vom Synthesizer Magazin und der Mann hinter dem geilen Forum. Ist das überhaupt mehr als ein Forum, ne? Sequencer.de. Naja, es ist eine Synthesizer-Datenbank, aber auch ein Forum und so eine News-Seite, wo dann auch meistens die Tipps, die ich mache, herstammen, die ich dann selber generiere. Sehr gut. Und das hier. Genau. Auf eurer Seite, synthesizer-magazin.de, kann man sich auch anschauen, was im aktuellen Heft nachzulesen ist. Und da hast du ja auch den Analog-Rhythm, wie heißt es jetzt richtig? Haben wir das rausgefunden? Rhythm. Den Rhythm getestet, den wir ja auch hier schon auf diesem Sender vorgestellt, beziehungsweise durchgeteckt haben. Ja, Prünkt dauert ja immer etwas länger. Ja, genau. Ihr müsst ja immer noch Bäume fällen und gedrucken und durch die Welt schicken und so. Das muss der Rolf, der auch mit dabei ist heute, nicht, denn er macht nicht nur Hardware-Module mittlerweile auch für die 100er-Serie, sondern auch Software-Synthesizer, die man dann auch von seiner Webseite oder bei Apple direkt herunterladen und kaufen kann. Rolf, hallo Rolf. Ja, hi, das ist der N-Log und der Nave, den ich mit Waldorf zusammen gemacht habe oder den Eise mit Arturia. Und es gibt ein kleines Euro-Reck-Hardware-Modul namens Gainsburg und den muss ich natürlich schon verschicken. Da kommen hier immer die freundlichen Fahrer mit den braunen Autos oder gelben Autos vorbei, nehmen die mit. Das ist doch richtig so, oder? Mhm. Jo. Bist ja auch hoffentlich bald mal wieder in Berlin. Wir überlegen ja noch, was wir dann vielleicht Schönes hier sendungsmäßig machen können. Wir hatten eigentlich ein ganz gutes Feedback zu unserer Serie zum Thema Modul-Synthesizer. Vielleicht den einen oder anderen da draußen, den das Thema interessiert, hat vielleicht Lust, uns einen Kommentar zu schreiben, was ich zusammen mit dem Rolf, wenn er dann hier in Berlin ist, dann vielleicht für euch einen Start bringen kann rund um dieses Thema. Also da bin ich mal ganz gespannt drauf. Es gab auch eine Menge Feedback zu meinem angekündigten Halbvergleichstest. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, da habe ich dann richtig Angst gekriegt. Weil da kamen dann so viele mögliche Testkandidaten über Kommentare bei mir rein, dass ich dann gedacht habe, das war ein bisschen zu pauschal. Ich glaube, ich muss das Feld der Testkandidaten ein bisschen reduzieren. Und habe dann überlegt, naja, es gibt ja zwei Gruppen von Halbplugins. Das sind einmal die algorithmischen, die also aufgrund eines Algorithmens den Halb berechnen. Und dann gibt es die Convolution Reverbs, die das mit einer Impulsantwort machen. Und die sind so verschieden, dass man die, glaube ich, nicht in einen Topf schmeißen sollte. Deswegen ist im Moment mein Plan, mehr so die algorithmischen Reverbs zu vergleichen. Vor allem die, die jetzt auch neu auf den Markt gekommen sind. Da ist das Ultra Reverb von Eventide dabei, der AMS für die UAD-Karte. Und als Referenz habe ich mir überlegt, dass Relab, das diesen schönen 480L-Hall, den ich gerne benutze, macht. Und dann noch ein Plug-in-Hall-Plugin, ein altes aus an der DAW. Das ist im Moment so der Plan dafür. Goodie. Ach, Goodie, Goodie, Goodie. Das scheint immer so ein geflügeltes Wort geworden zu sein. Das muss ich mir immer wieder abgewöhnen. Aber kommen wir mal zum ersten Thema. Reason 8. Wer von euch dreien hat mal reingeschaut, was neu ist in Reason 8? Kann dazu was erzählen? Ha. Ja. Ja, den haben wir ja genau den richtigen erwischt. Ja, genau. Ich wüsste ja nicht mal, was da anders ist, um ganz ehrlich zu sein. Also ich fand Reason schon immer irgendwie sehr interessant. Wie allerdings auch die eine oder andere Angriffssoftware. Und was ich jetzt hier so sehe, sieht sehr anständig, vor allen Dingen schön aufgeräumt aus. Das ist eine Sache, die ich ja immer, das sieht man auch bei uns an Plug-in. Wir versuchen mit so wenig wie möglich Trara so viel wie möglich einstellen, Möglichkeiten im Überblick zu schaffen. Also bei uns gibt es zum Beispiel, das Einzige, was bei uns Farbe hat, sind die Sounds selber. Der Rest ist alles monochrom, weil man sonst einfach den Überblick verliert. Und das finde ich jetzt hier, was ich hier so gerade sehe, recht angenehm. Ich finde, dass ich auch wenig, wenig, so das Grafikdesign besticht durch seine Schlichtheit. Das war ja schon immer so bei Reason und zum Beispiel auch bei Ableton. Und das finde ich zum Beispiel durchaus ein Fortschritt. Absolut. Da frage ich mal den Mogulator. Ich habe Schwierigkeiten gehabt, tatsächlich neue Sachen da drin zu finden. Auch in den Ankündigungen von Propeller Heads ist es dir gelungen. Also ich habe gefunden, ich sage es mal ganz einfach nur in Anführungsstrichen, zwei neue Amp-Modeling-Plug-Ins. Die heißen ja hier Rack-Extensions. Und ich habe die Riesen-8-Version ja schon hier und werde mit dem Max dazu auch angecheckt machen. Ich hatte Schwierigkeiten, das zu finden, weil das ist nämlich eine Rack-Extension, die man erst noch runterladen muss, freischalten muss. Und dann gibt es ganz viele kleine Workflow-Verbesserungen, einen Browser und dass ich mit Doppelklick eine Note löschen kann und so. Also ich war underwhelmed, sagt man da in Englisch drauf. Also es ist auf jeden Fall ein Facelift. Was den Arrangement-Teil angeht, würde ich sagen, hat man es iOS 7 Mi 4. identifiziert, also flach gemacht irgendwie so ein bisschen. Das finde ich bei Software-Synthesisern gar nicht so schlecht, wenn es sogar auch sonst weniger Skeomorphismus geben würde. Also reale Rack-Repräsentationen, die an irgendwas erinnern, das würde ich super finden. Das ist aber nicht der Fall, das ist nur beim Editor so. Genau, also das wäre ja dann auch ein Paradigmenwechsel für den Propellerhead. Denn die haben ja das quasi etabliert, diese totale Rack-Romantik mit Bildchen. Und man kann das Rack noch umdrehen, dann wackeln da hinten noch die Kabel und so diese ganze... Und für 16 zu 9 Format ist das natürlich nicht immer super. Aber es ist halt auch so gesehen ein älteres Tool. Ich muss auch dazu sagen, ich habe es auch nicht. und kann es also nur anhand des Netzes vergleichen und das, was man so liest. Also da muss man auch fair sein. Aber ich sehe es auch so, es sind eher Details. Man hat sich so um alles mal gekümmert. Und wie man hier sieht eben auch optisch, also das sehe ich auch so, dass so ein Ableton-Design mit generischen Knöpfen finde ich eigentlich sehr hilfreich für den Überblick. Das könnte man sich für die Synthies noch überlegen. Aber es gibt wirklich nicht, wie soll ich sagen, neue tausende Synthies. Und vielleicht sollte man noch sagen, dass es den Poly-Six ja gibt für den, so als externes Ding und so. Aber das hat jetzt ja nichts mit dem Update hier zu tun. Nein, das hat nichts mit dem Update. Es gibt es auch schon eine Weile. Genau. Frage ich mal den Rolf. Du bist selber Entwickler, kennst eventuell das Problem. Denn ich habe gehört, dass die Propeller jetzt eine ganze Menge unter der Haube verbessert haben. Also am Kern des Programms. Und das kann man natürlich schlecht verkaufen. Das ist jetzt immer so eine Geschichte, dass die Sachen, die man drunter so total wieder ins Lot gebracht und verbessert hat, einfach nicht monetarisieren kann. Und dass das hier vielleicht eventuell so ein Versuch ist. Denn das Ganze kostet als 129 Euro. Ja, das ist immer das Problem aller DAWs, wenn sie nicht gerade von Apple quasi kommen, dass die Updates finanziert werden müssen. Und in der Regel, ich meine, bei Cubase hatten wir gesehen, da gab es jetzt diese riesige Mixer-Konfigurationsgeschichte, da haben sie richtig viel gemacht. Aber auch nicht alle Cubase-Updates, aber auch von anderen DAWs in der Vergangenheit, waren denn ihre 100, 200 Euro wert, wenn man mal guckt, was da eigentlich an neuen Sachen drin ist. Insofern ist eigentlich, wenn man sich das anguckt, was Adobe vor einigen Jahren eingeführt hat, nämlich eher so eine Art Miet-System, wo ich mir halt CS irgendwas miete, letztendlich für einen Jahresbeitrag, vielleicht auch mittelfristig die bessere Lösung für große DAW-Firmen, die wirklich auch einen größeren Stab an Entwicklern, Testern und so weiter irgendwie durchfüttern müssen. Und das Risiko ist natürlich auch, dass man sich für ein großes Major-Release denn irgendwann Features aus den Fingern saugt, die eigentlich auch kein Mensch brauchen, die das System eigentlich verkomplizieren. Also vielleicht muss man hier auch mal umdenken und sagen, das ist eine komplexe Software, die muss gepflegt werden, die hat jetzt quasi auch ihren Komplexitätsgrad erreicht. Und viel Innovation wird es dann nicht mehr geben, aber man muss hier trotzdem ein Leben halten, weil sie jeder braucht. Und das kann man vielleicht besser und fairer über ein Miet-System als über Updates, die im Grunde genommen, ja gut, Logic X, auch wenn es viele nicht mögen, ist vom Preis her bald billiger als das normale DAW-Upgrade von Cubase oder anderen. Ja, das ist hart, ne? Im Neukauf. Und dann beschweren sich die Leute bei Apple, dass sie sich neu kaufen müssen, obwohl der Neukauf billiger ist als der Update bei anderen Leuten. Reine Kommunikation, reine Kommunikation. Was mich ja mal interessieren würde, das schmeiße ich jetzt hin an die Runde, ob ihr dieses Mietmodell für die Zukunft haltet. Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher. Wir haben damit natürlich ausgegeben, wir haben das auch zu tun. Wir müssen uns auch Gedanken darüber machen, wie wird das in der Zukunft weitergehen. Und wir sind jetzt auch schon für das, was wir können, viel zu billig, sage ich jetzt mal. Aber der Grund ist ja bekannt. Ich möchte halt, dass möglichst die ganze Welt damit arbeitet, weil wir neuen Inhalten brauchen. Aber die Frage ist natürlich, wie geht das weiter? Verkauft man weiter? Oder denkt man sich über, tatsächlich denkt man über Mietmodelle nach? Können wir ja ein bisschen schauen, was da bei Adobe so passiert ist. Da gab es am Anfang einen unglaublichen Aufschrei. Ja, ja, ja. Ich finde es ehrlich gesagt als User total schrecklich. Und ich kaufe deswegen kein Photoshop mehr. Ich habe Pixelmator, da zahle ich einmal. Und als User findet man das eher schlecht. Also ein Abo hat immer so das... 50 Euro im Monat finde ich jetzt für Nichtfirmen sehr unattraktiv. Oder für, noch schlimmer, für irgendein Office. Das finde ich nicht cool. Das Abo hat einen schlechten Ruf, kann man schon sagen. Weil man immer daran erinnert wird, dass man ja in diesem Sportstudio mal so ein Abo abgeschlossen hat, wo man nie hingeht. Und so hat man auch immer die Angst, dass man eventuell das gar nicht so nutzt und dann vielleicht für zwei Wochen an der Nadel hängt. Äh, zwei Jahre, Entschuldigung. Ich ticke da genauso wie Mick. Ich hatte eigentlich auch nie Lust. Ich fand das auch immer abgezockert. Ich habe auch immer das Gefühl, ich habe dann natürlich angefangen, die Jahre, die Monate zu rechnen. Was würde ich in zwei oder drei Jahren wirklich kaufen? Ich muss aber ganz ehrlich zugeben, dass sich gerade meine Meinung so ein bisschen ändert in diese Richtung. Weil ich natürlich auch sehe, wenn das Abo halt nicht... Ich meine, so ein Adobe-Abo ist nicht gerade billig. Das kostet schon ganz schön Geld. Aber da darf man nicht vergessen, was da Pros am Werk sind. Und wenn man es schafft, Pakete zu schnüren, die vielleicht die verschiedenen Gruppen, das müssen jetzt nicht 20 Pakete sein, aber vielleicht wie drei oder vier Pakete schnürt, wo jeder bekommt, was er braucht, zu einem ausgesprochen fairen Tarif. Und dafür dann aber auch wirklich immer aktuell laufende Software hat, vielleicht auch mal einen anständigen Support, wo man nicht immer auf die FAQs von den Leuten, die man dann anruft, hingewiesen wird. Und sowas hatte ich gerade mit einer anderen Firma. Katastrophe. Hab ich ausgerastet. Aber ich bin nicht so sicher, ob das nicht doch tatsächlich ein tatsächlichen Modell für die Zukunft auch für uns pros sein kann. Also gerade wenn man halt nicht jeden Monat 50 Euro bezahlt, sondern wenn das was ist, wo man am Ende des Tages sagen kann, hm, also ich bezahle eigentlich fast das Gleiche und ich hätte sogar die Möglichkeit, nach einem Jahr abzuspringen, weil die mir die Möglichkeit geben, rauszugehen. Und dann fängt die Sache an, wieder sich anders anzufühlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dann kann man ja mal überlegen, wie könnte denn sowas aussehen? Also für Cubase zahle ich dann 99 Euro im Jahr oder 79 Euro? Oder wie geht das? Ja, also de facto ist es doch so, dass man das Ende in Anführungsstrichen ja auch regelmäßig zahlen muss. Weil ich kann mir vielleicht erlauben, irgendwie mal einen Major Release auszulassen. Aber spätestens dann, wenn ich meine, ob ein Betriebssystem upgraden will oder muss, dann läuft einfach, ich läuft nicht mehr Cubase 5. Das heißt, du musst das Betriebssystem auf dem alten Stand lassen. Dann ist da vielleicht ein Plugin, was du benutzen willst, was aber auf dem alten Betriebssystem nicht läuft und so weiter. Am Ende kauft man sich dann doch immer was. Oder wenn man sich anguckt, was Native Instrument mit Complete, Complete, Complete macht. Am Ende brauchen die einfach ihre Spritze an Geld und versuchen da halt noch mehr Plugins, noch mehr Sample-Packs reinzupacken, dass sich die Leute dann doch wieder irgendwie von Complete 18 auf Complete 19 upgraden. Das sind alles nur Mogelpackungen letztendlich. Und man muss natürlich das preislich so gestalten, dass das, was man denn pro Jahr oder pro Monat ausgibt, nicht teurer ist als das, was sie sowieso alle zwei Jahre von uns für einen Major-Upgrade verlangen. Das heißt, das wird vielleicht irgendwas zwischen 50 und 100 Euro im Jahr sein. Mehr kann das ja gar nicht sein. An der Stelle muss man noch eine Sache sagen, die ganz wichtig ist. Und zwar, man darf nicht vergessen, dass diese Modelle, gerade wenn man den Leuten auch die Möglichkeit gibt, sie müssen nicht für fünf Jahre auf einmal bezahlen, kriegen die wieder was zurück, sondern sie können Quartals- oder Halbjahresweise kündigen. Man hat dann die Möglichkeit, mehr Leute mit ins Rennen zu bringen und somit auch die Preise am Ende des Tages vielleicht etwas günstiger zu gestalten, sodass du nach drei Jahren, wo du eigentlich das Upgrade für 300 Euro kaufen müsstest oder die neue Version an Miete eigentlich nur 200 Euro bezahlt hast oder sowas in dem Dreh. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass sich das für alle rechnet, dass für die Hersteller, also in diesem Fall jetzt aus meiner Perspektive, würden wir mehr haben, die etwas weniger zahlen. Aber das rechnet sich für uns. Somit haben wir mehr Möglichkeiten, einen kontinuierlichen Service und Support zu leisten. Und auf der anderen Seite... Wie passt das, Tom? Wie passt das denn damit zusammen, dass jetzt die Softwarepreise doch eher auf so einer Art Talfahrt sind, einer langsamen Talfahrt? Apps. Wegen den Apps. Und wir werden ja auch gleich nochmal die Bazille erwähnen, die jetzt endlich raus ist. Das ist auch was, was um die 90 Euro, dann hat Rolf schon angesprochen, das ganze Logic 10 kostet mittlerweile nicht mehr als ein Update. Ist das nicht... Ja, nun, jetzt, der Tom hat es vorhin angesprochen. Also für Plugins, die an sich sowieso nur zwischen 50 und vielleicht 200 Euro Kosten machen, macht auch ein Mietmodell natürlich keinen Sinn. Dafür ist das zu günstig. Das bezog sich wirklich auf diese großen Schlachtschiffe, die eine große Mannschaft einfach brauchen, an Entwicklern, Testern, Support, Trainern und so weiter. Und Cubase zum Beispiel, richtig? Wie die, also im Audio-Bereich trifft das eigentlich im Wesentlichen für DAWs zu, vielleicht noch sowas wie Macs oder sonst irgendwas, andere Schlachtschiffe. Aber ein Plugin ist wirklich was ganz anderes. Und dass Logic nun billig ist, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass das Teil von Apple ist. Und Apple, man hat es auch neulich in dem Interview mit Tim Cook gehört, finanziert seine Software natürlich über ihre Hardware. Und das kann man jetzt einfach nicht vergleichen. Kann man nicht vergleichen, überhaupt nicht. Das ist reingesponsert, das ist gesponsert. Logic ist gesponsert. Aber vielleicht ist das ja hier auch wieder... Aber der User muss natürlich auch mal bedacht werden, der überspringt auch mal zum Beispiel schon mal Betriebssysteme, selbst wenn es umsonst ist. Da sieht man auch bei Mac mittlerweile. Bei Windows sieht man es fast noch mehr. Da werden vielleicht schon mal zwei Versionen übersprungen, schon weil das und das und das nicht mehr läuft. Der Editor vom Sohn, so gerade wir Musiker haben doch dieses Problem. Oft und gern. Nicht gern, aber wir haben es. Und dann überspringt man vielleicht auch irgendeine Version. Und die Zahlen, das, was man dafür zahlen muss und das, was man dafür kriegt, wägt man ab als Musiker und hat auch wahrscheinlich keine Lust, ständig Updates zu machen. Das muss sich also richtig lohnen. Und wenn dann nur irgendwie jetzt in grün oder so, dann denkt man sich vielleicht, ja, kann ich mal auslassen. Auch wenn unter der Haube bei einem Betriebssystem natürlich was los ist und bei einer DAW auch was passiert. Aber ich glaube, das muss man einfach mal so sehen. Und wenn es diesen Preis aufwiegt, wäre es vielleicht einfacher. Aber es fühlt sich einfach nicht gut an, dieses Lied. Okay, wir können doch einfach mal die Zuschauer dazu befragen und sie einfach bitten, schreibt uns doch einfach in den Kommentaren auf unserer Webseite www.mysetalk.de, auf Facebook oder auch im YouTube-Channel. Schreibt uns einfach, was eure Meinung dazu ist. Könnt ihr euch vorstellen, so ein Programm wie Cubase eventuell für 49, 39, 50, 79 Euro im Jahr zu mieten? Oder seht ihr das eher kritisch? Das würde uns tatsächlich mal interessieren. Und bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen, machen wir Werbung, verdienen hier mal ein bisschen Geld. Und zwar machen wir Werbung für unseren Sponsor. Das ist das Hofer College. Und ich habe hier mal rausgesucht. Hofer College Studio Workshops. Diese Studio Workshops sind tatsächlich Teil auch des Fernkurses. Das heißt, ihr macht nicht nur zu Hause eure Praxisbeispiele, die ihr einschicken könnt, sondern ihr könnt auch zu realen, also richtigen Studio Workshops nach Karlsdorf kommen und dort teilnehmen. Wenn ihr das Hofer College macht. Ich sehe jetzt hier auch gerade, was auch möglich ist. Gasthörer können auch kommen. Das heißt also, nicht nur für Hofer College Studenten, sondern auch für alle anderen ist es möglich, die Studio Workshops zu belegen. Einfach per E-Mail anfragen. Hier ist mal ein kleiner Ausschnitt aus dem Programm. Ihr seht das schon hier. 23. Oktober, 24. Oktober. Da ist also dauernd was los bei Hofer. Also, das ist sicherlich auch mal interessant, auf der Seite von hofercollege.de slash studio minus workshops, da mal nachzuschauen, was es für interessante Workshops bei Hofer College zurzeit im Angebot gibt. Vielen Dank an Hofer. So, machen wir mal weiter. Ich würde gerne kurz zu Mick noch mal was sagen. Nur ein kleiner Kommentar. Ich finde bei diesem Abo-Modell, und da ist das auch vorbei für mich, wichtig ist, dass man nicht auf ein Jahr festgenagelt wird. Man muss eine faire Frist haben, um rauszukommen, um dieses Gefühl von, ich glaube, das ist ganz elementar, dieses Gefühl festgekettet zu sein, dieses nicht zu haben, sondern zu sagen können, ich kann jedes Quartal kündigen oder jedes halbe Jahr kündigen, wenn ich keinen Bock mehr habe oder Versionen überspringen will, zum Beispiel, und dann nach einem Jahr später wieder einsteigen. Das halte ich für ganz wichtig bei diesem, oder elementar bei diesem Punkt. Solange das Teil dann auf diesem Stand weiterläuft, wäre das ja noch einigermaßen okay. Aber wenn es dann einfach gar nichts mehr geht, das ist eigentlich eine Art von Kontrolle, die wir heute wirklich überhaupt nicht mögen, oder? Also ich würde es ungeil finden, sehr. Das würde dann in der Tat nicht funktionieren, da hast du recht. Das stimmt. Nein, nein, das geht natürlich nicht. Ja, ich meine, und hier gucken wir mal in den Chat. Nein, nein, nie, no, ungern, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Nein, nein, DAB-Mieten finde ich interessant, schreibt hier einer. Okay. Ja. Ja, 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 ja. Ach so, mein Scroll. Und da hier der Nix auch. Für mich ist das Mietmodell immer dann attraktiv, wenn die Firmen keine guten neuen Features mehr haben. Ja, das stimmt. Interessant, ja. Interessant. Also wie gesagt, ich bin mal gespannt, was die Zuschauer dazu in den Kommentaren schreiben werden. Mogulator, wir haben die Bazille ja angecheckt. Dazu gibt es auf musetalk.de ein fast 50-minütiges Video dazu. Das war aber ein Preview. Jetzt gibt es die Bazille tatsächlich zu kaufen. Auch hier wieder schlanker Preis, ne? Abgefahren. Ja, jetzt ist sie fertig. Und das sind Dollar, ne? Muss man noch sagen. Das sind Dollar, da kommen wir ja auch noch runter, ne? Ja, da haben wir dann, wir haben ja hier unsere Apps, wo man dann gucken kann, was das auf Deutsch nochmal heißt. Aber ja, das ist jetzt die neue Version und die ist fertig und für alle da und so. Ja, genau. Ich glaube, man kann da ganz getrost auf den Check verweisen, weil da eigentlich alles drin ist. Also wer jetzt erwartet, dass jetzt plötzlich zehn Oszillatoren drin sind oder so, nein. Es ist einfach nur fertig auf der Version 1.0. und in dem, was wir so vorgeführt haben eigentlich, es sind... Aber Vorsicht, da müssen wir ja hier drauf... Siehst du das hier gerade? Entschuldige, wenn ich unterbreche, aber hier, das ist ein Special Offer. Das kostet irgendwann 129 Dollar. Ja, das macht man ja schon mal, ne? Genau. Ja, das ist wichtig. Da muss man auch aufpassen. Also ich kann das Ding wirklich nur empfehlen. Weswegen ich dich da jetzt nochmal drauf angesprochen habe, ist, hast du jetzt die finale Version installiert und mal rausbekommen? Ja, gerade eben sozusagen. Ah, da weißt du noch nicht, ob der CPU-Verbrauch jetzt ein bisschen moderater geworden ist? Nee, das habe ich nicht gecheckt, muss ich sagen. Okay, das wäre mal interessant. Also wenn du das mal weißt, gib mir mal Bescheid. Das wäre mal ganz interessant. Was haut das denn so weg im Moment? Oh, ganz gut. Was heißt denn ganz gut? 10, 20, 30? Also bei mir bis zu 40% von diesen kleinen Retinaschen. Oh, jetzt ist hier mein Zombie umgefallen. Das geht ja nun gar nicht. 40%? Alter Schwede, mit einer Instanz? Yes, Sir. Oh. Klingt aber auch fett. Also deswegen wäre das mal interessant gewesen. Oder wäre für mich interessant nicht gewesen, sondern ist immer noch interessant, wenn wir mal vom Mogulater dann vielleicht in der Zukunft mal erfahren, an, ob das jetzt CPU-mäßig ein bisschen moderater geworden ist. Oder von mir? Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie so hungrig ist. Aber was ich noch erwähnen will, besonders für Diva, dass es da einen Multi-Threaded-Knopf gibt. Und dann braucht er ganz viel weniger, weil im Prinzip dann erst die Mehrkerngeschichte und Threaded eben mehr. Es ist eine Art, wie man programmiert in einzelnen Teilen, dass das dann erheblich besser läuft. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, ob das auch bei der Bazzill ist. Ich glaube nicht. Aber immer danach suchen und gucken, ob es da sowas gibt. Ja, das ist nämlich defaultmäßig ausgeschaltet. Richtig. Das ist nämlich das Gemeine. Ja, dein Problem ist, wobei man grundsätzlich schon sagen muss, und ich glaube, dass der Urs Heckmann schon vom Konzept her die Vorstellung hat, und das finde ich eine gute und interessante Vorstellung, mal zu gucken, was passiert, was kann ich alles für tolle Sachen, sei es nun Diva oder Bazzill oder ein Zebra machen, wenn ich mir etwas mehr CPU gönne, als das heutzutage, und das war ja auch vor zehn Jahren auch ein bisschen anders, was kann ich denn erreichen? Und seine besondere Qualität oder die besonderen Eigenschaften seiner Produkte resultieren dann auch daraus. Das heißt, selbst wenn er noch ein bisschen optimiert und man mit dem einen oder anderen Sachen machen, man darf sich nicht einbilden, dass das jetzt irgendwie weniger zu verbraucht, sondern viel mehr als das, was so das übliche Sinti-Plugin macht. Und das ist bewusst Konzept. Dafür hat er ja vom Sound und Features ja auch ganz ungewöhnliche Möglichkeiten. Das muss man dann einfach auch wissen. Genauso wie, wenn ich mir ein extrem kompliziertes Convolution-Hall-Plugin besorge, ich auch weiß, dass es wesentlich mehr einfach auch an Rechenpower verbraucht, als irgendwie ein ganz billiges Algorithmus-Hall von vor zehn Jahren. Und ich denke, es wichtig ist, dass man das kommuniziert, dass jeder bewusst ist. Aber ich halte es für falsch, zu sagen, man darf keine Sinti-Plugins machen, die mehr als fünf Prozent CPU verbrauchen, weil dann wird auch keine Innovation stattfinden. Das finde ich auch. Es war immer schon so, dass viele ganz neue Konzepte auch ganz gut an den Rand des Rechners, zum Beispiel jetzt hier Madrona Labs, Kaiwo, sehr interessantes Teil oder so, auch recht viel Power braucht. Aber irgendwann haben wir statt vier Acht-Kerne oder so und dann läuft das alles schon viel besser. Man sollte es aber signalisieren. Und viele haben ja darauf reagiert, in diesem Eco-Modus oder sowas, dass es halt so eine etwas schmalere Variante gibt, also powertechnisch. Bei Diva liegt es sich auch noch an den non-linearen Berechnungen. Und bei Diva gab es ja dann auch später ein Update, wo dann erheblich weniger CPU-Verbrauch ist. Das Optimieren dauert nämlich auch nochmal Hirnschmalz und so. Und das ist sicher auch bei Perzille so und bei anderen Sachen. Und das Konzept der Synthesizer sollte ja eigentlich immer im Vordergrund stehen, ob einem das gefällt. Ja, oder andersrum formuliert, wozu brauche ich das denn? Also jetzt mit Diva eine Fläche zu machen, die hinter 58 anderen Spuren nur so ein bisschen für Atmos sorgt. Ich fahre auch nicht mit meinem Ferrari, den ich nicht habe, irgendwie mal zum Zigarettenautomaten um die Ecke. Und das macht gar keinen Sinn. Und ein fetter Sound kann auch manchmal kontraproduktiv sein, weil er einfach zu breit ist und zu viel Raum im Mix einnimmt. Da ist doch manchmal wirklich ein einfacher, billiger Alter. Synthesizer besser. Mache ich gerne viele Sachen auch mal noch mit dem alten ES1 oder ES2 in Logik. Ja, genau. Ich tue auch nicht irgendwie die 500 Euro Weinflasche irgendwie zum Kochen aufmachen. Es gibt vielleicht Leute, die können sich das leisten, aber selbst dann ist es fraglich. Aber richtig fett klingt die Diva wirklich. Also das muss man echt sagen. Aber da gilt ja dasselbe wie für Hardware. Wenn man sich alles vollstellt, dann kommen manche halt durcheinander und so. Manche aber auch nicht und so. Also ich glaube, das ist so ein klassisches Ding, also sich zuzustellen oder so. Das sollte man eigentlich generell nicht. Aber wenn man nicht so viel Geld hat, dann macht man das von alleine nicht. Finde ich eigentlich relativ nachvollziehbar. So eine Art Brücke zwischen Plug-in und Hardware bildet ja das Plug-out-Konzept. Ja, da ist er, der Plug-outer. Hast du es schon? Ja, hier ist das, der SA2 ist hier jetzt drauf. Das sieht man daran, dass ein paar Knöpfe aus sind und ich hier ein Testgerät habe, netterweise gerade zufällig und so. Und da sieht man dann halt, dass hier zum Beispiel die Hüllkurve ausgeschaltet ist. Aber man kann hier auch einen Modus einschalten, der dann die zweite Hüllkurve hat. Der SA2 kann man übrigens bei sequencer.de in der Synthesizer-Datenbank gucken, was der so kann. Da steht dann zum Beispiel zwei Oszillatoren und so. Nicht wie bei dem SH1-1 so eine Mischbatterie mit einem Oszillatoren und so. Und der wird hier halt... Und aber mit zwei Hüllkurven. Aber es bleibt auch monophon. Also das sollte man auch sagen, weil theoretisch ist ja das System vierstimmig. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Da sind zwei richtige Oszillatoren drin und nicht ein Sub-Oszillator. Zwei Oszillatoren sind hier drin, ganz genau. Ja, jetzt, wo ich hier drauf drücke, passiert natürlich gar nichts mehr. Das ist ja klar. Genau, so. Und ein paar längere. Das war doch mit Sequencer, die Version. SH2 war doch der MC202. Den hatte ich nämlich mal. Das ist doch die... Es gibt, wenn man den kauft, bekommt man den SH1-1 mit dazu. Das ist der, der dem MC202 fasst, gleich bis auf den Noise-Generator, also bis auf das Rauschen. Der SH2 ist ein Zwei-Oszillatoriger mit Sub-Oszillator. Das ist also dann auch noch da. Das klingt jetzt sehr, sehr fies, weil ich habe hier so Testboxen, die auch fies sind einfach. Ich muss hier mal runterdrehen alles. Das heißt, wir haben zwei Oszillatoren und einen Sub-Oszillator. Und beim SH1-1 kann man den noch eine Oktave runterstellen. Beim SH1-1 gibt es sogar noch eine andere Pulsweite mit zwei Oktaven tiefer. Das sind also so Details. Was beim M1-01 noch ist, dass der halt leider nicht diesen tollen Sequencer hat. Und hier der SH2, der ist schon ziemlich authentisch. Der hat eben einfach alles, was man so kennt, plus die Sachen, die halt am System 1 grundsätzlich noch vorhanden sind, also Arpeggiator und so. Delay, Hull und Bitcrusher. Was ich von dir gerne wissen möchte ist, was ist denn ein Plug-out? Ja, Plug-out bedeutet, erstens mal habe ich ein Plug-in für den Rechner. Ach so, aha. Nein, 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 Moment. Das wirklich Wichtige dabei ist, diese beiden Knöpfe hier, du kannst aus dem Plug-in heraus das Ding raussenden an die Hardware. Und dann hast du hier zwei Knöpfe, System 1, dann läuft diese Standard-Klang-Erzeugung mit vier Stimmen und Cross-Modulation und so. Und hier habe ich jetzt im Moment den SH2 drin. Da drücke ich da drauf und dann ist der SH2 da drin. Ah, okay. Habe ich jetzt noch ein Plug-out. Also zum Beispiel möchte ich jetzt den SH101 hier reinladen, muss ich das Plug-in aufmachen, Send drücken und dann ist das hier drin. Das heißt, wenn du auf die Bühne gehst, dann entscheidest du dich, ein Plug-out mitzunehmen und das System 1 ist halt immer dabei und das kann man dann hier so umschalten. Aber wie ist das denn jetzt im Sequencer-Mogulator? Erscheint das da als Plug-in? Kommt das Audio dann über USB da rein? Ist das wie so ein Virus-TI? Nee, das ist anders. Das ist anders. Du hast, erstens mal hast du den hier, der ist auch dann die Fernsteuerung dafür, aber das läuft komplett unabhängig. Ich habe ja hier keinen Rechner im Moment dran und trotzdem kann ich hier Sounds machen. Ja, aber gut, aber wenn ich das jetzt im Cubase habe mit dem Plug-in, wie verstehe ich das? Es geht beides. Auch noch. Das Interessante ist... Genau, das läuft zum Setz. Ja, das Interessante am Konzept ist und darum heißt es auch, finde ich, Plug-out, du hast einmal das Plug-in, was auf dem Rechner rechnet. Ach doch, ja. Ja, hör mal zu und quatsch nicht gleich rein. Also das Plug-in rechnet auf dem Rechner und du benutzt die Hardware nur als Controller. Richtig. Dann kannst du aber auch, weil das Gerät selber, also die Hardware hat auch einen DSP-Chip, kannst du das Gerät unabhängig von Rechner benutzen und das Gerät rechnen lassen. So, damit auf die Bühne gehen, ohne Computer und so fort. Im Grunde genommen haben sie zwei Programm-Versionen geschrieben, nämlich einmal für das Gerät, für die Hardware mit seinem DSP und einmal für die DAW. Und ansonsten hättest du ja wie beim Virus das Problem, dass wenn du ein Virus über Total Integration da einbindest, hast du immer nur einen Virus in deiner DAW. Und hier kannst du auf mehreren Spuren jetzt deine SH2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9 da aufmachen und bist davon unabhängig, dann kannst du die dann immer wahlweise über die Hardware mit dem Controller steuern. Hat auch den Vorteil, dass die Latenz kürzer ist, weil ich nicht zu der USB-Hardware rüber muss und wieder zurück, sondern ich berechne das ja direkt auf dem Host, habe dann nicht die Latenzprobleme, die das TI-System am Anfang hat. Ja, was mich mal interessieren würde, das habe ich nämlich aus der Webpage von Roland nicht rausbekommen, an Mugulator, kann ich denn die Plugins auch ohne die Hardware benutzen? Ja, genau. So a la Ford-Lieger-Sie. Genau, das ist ein ganz stinknormales Plugin, was eigentlich völlig unabhängig von dem ist. Der einzige, vielleicht sollte man das noch erwähnen, der einzige Unterschied ist noch, dass es hier ja acht Speicher gibt und das sind auch alle, das ist sozusagen der Bühnenspeicher und die Software hat natürlich so viel man dann will. Das heißt, man kann die hin und her schieben, das ist dann, wie soll ich sagen, konzeptionell noch anders, aber du kannst sie komplett, also eigentlich ist es einfach nur, du bekommst den 1&1 und den SH2 als Plugin, kannst ihn damit steuern, musst du aber nicht, du kannst auch genauso gut hier so ein Oldschool-Teil benutzen, sowas macht man aber nicht, weil das natürlich sehr passend ist. Man hat ja mal darüber diskutiert, ob es wie sinnvoll es ist, einen Controller zu haben, der ganz speziell für ein Ding gemacht ist und das ist das Ding hier einfach. Also, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ob man es erweitern kann, weil wenn man jetzt eine dritte Höhlekurve haben wollte, wäre das vielleicht schwierig, dann würde man vielleicht irgendwann erfinden müssen, dass hier irgendwo Shift ist und dann die acht Dinge hier für die Höhlekurvenwahl oder so nutzen. Also, das gäbe es, von der Hardware ginge das, hier zum Beispiel das Tuning, um das mal zu zeigen, da kann man, muss man die beiden hier drücken und dann kann man hier unten an dem Rad, so, Moment, ich muss erst mal sehen, dann kann man hier drehen, so, und dann sieht man hier, ich weiß nicht, ob man das genau sehen kann, welcher Halbton-Tuning hier so eingestellt ist. Das heißt also, wir haben hier jetzt schon versucht, mit möglichst wenigen Knöpfen alles zu machen, aber es gibt Cross-Modulationen und Ring-Modulationen und Sync und so, es ist relativ ausgeklügelt. Aber ich denke, das sollte man mal zu bedenken geben oder ein ganz toller Satz, ob das nicht auch für, gerade für synthetweise allgemein eine interessante Idee ist, dass man das sehen kann, was man da tut. Ich bin jetzt gerade auf der Roland-Shop-Seite und es sieht so aus, als würde man das Plug-Out als ganz normales Plug-In kaufen können und betreiben können. Da gibt es nur für die System 1-Owner, hier unten noch ein Special-Prize-Offering, aber ich kann jetzt als Logic-Cubase-User oder was immer auf jeden Fall ein SH2-Plug-In, was sich Plug-Out-Synthesizer nennt. Dann ist es nämlich wieder ein Plug-In. Ich habe schon immer davon geträumt, mal ein SH2 haben zu wollen. Genau. Und da finde ich so ein bisschen, das klang auch bei MIG eben so ein bisschen an, die Falle in Anführungsstrichen, die setzen, ist natürlich von dem sehr, sehr interessanten Konzept, was ich einfach auch mutig finde. Und Roland beweist da mal wieder Mut. Auf der anderen Seite sind Sie gefangen in den Reglern, die Sie in die Hardware eingebaut haben. Also Sie werden da jetzt nicht ein Prophet 5 drauf machen können, mal von lizenztechnischen Rechnen abgesehen. Das wird darauf schwierig. Sie werden auch kein Jupiter 8 drauf machen können, weil dafür sind die Hardware-Regler einfach nicht gemacht, sondern es beschränkt sich eigentlich auf einen relativ engen Kanon an Geräten, die so ein ähnliches Hardware-Regler-Knopf-Setting haben. Jupiter 8 ging im Prinzip, weil Cross-Modulation und so gibt es. Jupiter 6 wäre schwierig, weil es keine Envelope-in-Mount gibt. Aber das Problem ist natürlich die Stimmenanzahl. Also da bräuchte man vielleicht ein System 2, was dann irgendwie zwei DSPs hat, was dann einfach mehr Stimmen macht. Weil das ist das vielleicht, was letztendlich die Grenze ist. Außer man hat zu viele Dinge, die man einfach hier, wie du sagst, nicht erreichen kann. Zum Beispiel der SH-2 hat so ein Autoband. Das wird dann hier drüber gemacht. Das ist so eine Mini-Höhlenkurve für Pitch und wenn jetzt irgendein Synthesizer noch eine dritte Höhlenkurve zum Beispiel hat und die ist ADSR, dann könnte man das hier natürlich nicht mehr darstellen. Aber ja, da musste man entweder noch einen Controller machen. Das ist dann generell an dem Konzept ein Nachteil. Aber ich fände es ziemlich cool, wenn man zum Beispiel sowas auch für so ein Ding wie den NAVE oder PPG oder so irgendwas auch selbstaufwendigere Dinge hätte. Kannst du dich noch erinnern, Mogulator, es gab ja für den Microwave damals so ein Hardware-Panel und für den Oberheim Matrix 1000. Ja, das ist das, wo mit Access angefangen hat. Genau, genau. Ja, die haben allerdings noch Sys-Ex gemacht. Das ist dann natürlich nicht ganz so effektiv und auch nicht alle Parameter. Und die Matrix, weil die zum Beispiel Matrix 6 wird diese Matrix-Verbindung, die werden in en bloc übertragen. Das kann man nicht so gut in Echtzeit machen. Das haben sie auch gleich weggelassen. Aber die Idee ist natürlich ganz cool. Das Problem ist, man ist furchtbar abhängig von dem Ding, was man da steuern will. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Bazillen-Hardware-Controller baue, dann brauche ich auch genügend Leute, die das kaufen. Und ja, das wird halt so marketingtechnisch halt schwierig. Also das kann man schon nachvollziehen, dass Synthesizer sind bei irgendwelchen Discountern ein Prozent Umsatz oder so. Das sollte man auch wissen, dass da ein paar Tausend schon super viel ist. Ja, auf jeden Fall. Und das ist nicht ganz leicht für die zu stemmen. Judy, kommen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar Universal Audio hat jetzt die UAD-2-Satellite als Thunderbolt-DSP-Accelerator herausgebracht. Und was mir da als erstes mal aufgefallen ist, Improved, hier wird versprochen, Offers improved performance at higher sample rates, reduced plug-in latency gegenüber Firewire, compatible, bla bla bla. hört sich so an, als wäre das jetzt diese Verbindung wirklich schneller und würde mir gerade bei so einer externen DSP-Karte wirklich Vorteile bringen. Ich habe bisher bei allen meinen Versuchen, wir haben ja hier auch einen Apollo Twin und wir hatten auch von Moto das Interface mit Thunderbolt-Anbindung, immer gar keinen Unterschied zwischen der USB-Anbindung und der Thunderbolt-Anbindung. Die gab es nämlich auch bei Moto, konnte man so schön A, B machen, gar keinen echten Vorteil feststellen können. Rolf, ist das denn technisch? Naja, also es gibt ja verschiedene Aspekte. Das Erste ist, wenn man ein schnelleres Kabel hat, also Thunderbolt statt USB, aber das Interface selber nicht schneller macht, dann nutzt auch ein schnelleres Kabel nichts. Das kennen wir ja irgendwie aus den ganzen Internetgeschichten. Also wenn ich hier meinen super VDSL 38 plus 94, 35 habe, aber die Webseite, die am Ende die Webseite mir liefert, scheiße lahm ist, dann nützt mir auch mein VDSL nichts. Das ist das Erste. Das heißt, ich finde es erstmal guten Ansatz von UAD zu sagen, ich baue jetzt nicht wie bei diesen Apollo-Interfaces einfach so eine Extrakarte ein, die ich noch für teures Geld erwerben muss, sondern mache mal ähnlich wie beim Apollo Twin, glaube ich, Thunderbolt von Anfang an und kann dadurch halt auch eine höhere Latenz erreichen, eine niedrige Latenz erreichen, weil ich die gesamte Hardware darauf ausrichten kann und nicht irgendwie auf langsame Protokolle wie USB noch achten muss. Was ich allerdings nicht gefunden habe, ist auf der Webseite mal eine Angabe über vorher-nachher-Latenz. Vielleicht hast du da was gesehen. Ich habe jetzt nicht gesehen, die mir jetzt sagt, statt 32 Samples sind es nur noch acht oder irgendwie was. Da schreien sie sich ein bisschen aus. Also ich habe ja das Twin hier am Start gehabt, da haben wir ein paar Versuche gemacht und auch mit dem Moto. Und ich hatte beim Moto die gleichen Buffergrößen wie bei USB. Und beim Twin, glaube ich, komme ich auf 64 Samples, was ich aber auch im zweikanaligen Betrieb, auch mit einem großen Projekt, auch mit einem USB-Interface schaffe. Nein, aber beim Twin, das hat jetzt nicht genug Kanäle, weil so wenig Kanäle wie das Twin hat, kriege ich auch über ein serielles Kabel wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Das macht keinen Unterschied. Und es ist deswegen wichtig, jetzt kotzen wieder alle Apple-Hässer irgendwie in ihre Tonne, die sie wahrscheinlich neben sich haben. Aber um meine Lieblings-Hardware-Firma Apple mal wieder zu nennen, die anderen sind ja noch mit Windows 10 beschäftigt. Ja, da ist eigentlich Windows 9 geblieben. Auch lustig. Nein, es gibt ja ein Gerücht, ein Gerücht und das ist durchaus interessant, weil wir haben uns ja auch mal mit dem Thema Mac Pro beschäftigt. Es soll einen iMac 27 Zoll Retina geben, vielleicht sogar noch in diesem Monat announced. Und das ist natürlich ein Riesenbildschirm mit einer tollen Auflösung. Und dieses Gerät wird natürlich, wenn es das denn gibt, zu einem vernünftigen Preis mit vernünftigen i7-Prozessoren drin, wird natürlich keine Fireware-Anschlüsse mehr haben, sondern es wird Thunderbolt-Anschlüsse haben in einer noch nicht bezifferten Anzahl. Und da sind natürlich solche Audio-Interfaces interessant, weil Let's Face ist die Karten, die man in seinen alten Mac Pro reingesteckt hat, PCI-mäßig gibt es nicht mehr. Und je mehr Thunderbolt-Interfaces und Lösungen auf den Markt kommen, desto interessanter ist das vor allem, wenn es da plötzlich auch noch so einen stationären Mac-Rechner gibt, der durchaus interessant da ist, als sich ein Mac Pro für viel Geld zu kaufen. Ist ja auch nur der, ich habe jetzt mal so Benchmarks, ich habe mich da letztlich noch mit jemandem drüber gestritten. Der sagte, nee, der alte Mac Pro mit den 12 Kernen, der ist viel schneller, oder ist genauso schnell wie die neuen Mac Pros und la la la. Und dann habe ich da mal die Benchmarks mir angeguckt. Man muss ja auch den neuen Mac Pro, den großen, teuren holen, damit das auch wirklich schneller ist als ein iMac. Der iMac ist gar nicht so viel langsamer bei vielen Anwendungen als ein Mac Pro. Nein, besonders bei dem kleinen nicht. Der hat da vor allen Dingen auch nur eine 256er SSD drin, was bei Apple ja klassisch ist. Zu wenig RAM und zu wenig Platten Platz drin. Das ist leider sehr, sehr typisch. Also das lassen sie sich auch sehr gut bezahlen, wenn man das dort upgradet. Und es wird ja auch immer schwieriger, es selber abzugraden, weil RAM ist ja meistens verlötet. Beim Mac Pro nicht. Aber bei den anderen, also beim kleinen iMac ist es jetzt schon so. Und bei dem nächsten wird es wahrscheinlich dann 16 GB fest verlötet sein. Denn nett wäre es, wenn sie es einfach nur noch so machen, dass es einfach gar keine kleinen Konfigurationen gibt, so wie ein 16 GB iPhone zu verkaufen, ist eigentlich nur noch eine Frechheit. Das braucht man überhaupt nicht mehr zu machen. Ja, es ist nur um den Einstiegspreis niedrig zu halten. Also um das Thema Performance nochmal irgendwie, also auf Geekbench mal gucken. Da kann man das aufgelistet alles sehen. Neue alte iMacs, Mac Pros bis hin zu einem uralten MacBook von 1875 kann man sehr schön sehen. Und ja, es stimmt, wenn ich mir nur einen Vierkern neuen Mac Pro kaufe, nur auf die CPU-Geschwindigkeit gucke, dann ist natürlich der Oberklass von iMac und die alten mit zwölf Kernen schneller. Und man sieht das sehr schön. Natürlich ist ein moderner Mac Pro mit gleicher Kernanzahl im Vergleich zu einem alten Mac Pro schneller. Aber das kann man sich da alles mal genau ansehen und auch in seiner Kaufentscheidung bedenken. Und das hat bei mir auch zu dem Effekt geführt, naja, bevor ich meinen alten Mac Pro mit acht Kernen ersetze, müsste ich mir schon, ich sage mal, mindestens einen neuen Zwölfkern kaufen. Und die werden dann ziemlich schnell sehr teuer. Ja, insofern warte ich mal, was dieses neue iMac-Teil da bringt mit dem Retina-Display, weil das würde mich auch interessieren. Und das wird jetzt nicht irgendwie 8000 Euro kosten. Und als ganz kleiner Tipp vielleicht, muss man erst darauf achten, dass es möglichst viele Kerne sind. Das bringt mehr als Taktfrequenzen. Und darauf achten, dass es ein i7 ist, vor allen Dingen, wenn man Plugins benutzt, weil das sind nur mal 20 Prozent Leistung, die man da verspielen kann. Und schaut bitte, ich habe den Link in den Chat gestreut, schaut nach, was der Rechner im Multicore-Betrieb macht. Da ändern sich nämlich die Reihenfolgen auch. Man kann auf jeden Fall den Multicore, den mit den Mehrkernen iMac, ganz gut empfehlen. Aber es kommen wahrscheinlich neue iMacs. Und ja, ich glaube, damit kann man das Thema vielleicht auch schließen. Ja, ganz kurz, eine Sache muss ich noch erwähnen. Wer von euch hat denn schon mal einen Mac Pro in echt gesehen? Ich. Ich auch. Ich auch. Und wart ihr so enttäuscht wie ich? Weil ich kannte ja nur diese tollen 3D-Renderings, die Präsentation von Apple. Und dann stehe ich vor dem Ding, packe das so an, gucke und sage, sehr unspektakulär. Das sieht gar nicht... So geil, dass der klein ist und nicht so viel Krach macht. Ja, aber sieht aber auch nicht so edel, wie ich gedacht habe. Es glänzt so rum. Also nicht Multitouch drauf machen. Ja, genau. Weil das wird schnell scheiße aussehen. Also da hat die... Vielleicht hat man da auch eine Haushälterin oder einen Haushälter, dass das richtig gegendert ist. Aber so super edel sieht das nicht aus. Sorry. Aber ich finde, das ist eine coole Maschine. Aber was ich nicht gut finde für Leute, die viel so Festplattenkram hin- und herschieben, hängt das halt dran. Also man muss es dranhängen und hat man halt nicht... Aber ich muss das hier schon alles verstecken hinter dem Apollo-Interface, damit das nicht so wusselig aussieht. Also ich sage mal so, wer sich den neuen Mac Pro nur des äußeren Wegen kauft, hat entweder zu viel Geld oder hat ein anderes Problem. Absolut. Okay, wollen wir das Thema abschließen, aber da vorher... Dafür gibt es doch jetzt die Apple Watch, wenn ich mir was Hübsches von Apple kaufen kann. Da lasse ich da mal ein Cubase drauflaufen. Hier ist das eine Rätsel, was die Leute an dieser Watch-Nummer so toll finden. Ich war auf der IFA jetzt und jeder hat irgendein Watch-Konzept. Also es gibt eine ganz tolle Watch mit einem Oszilloskop drin. Das war so ein Kickstarter-Projekt. Ich habe das, ja im Forum habe ich es nur gelistet. Das ist ein ganz tolles Zweistrahl-Ozzilloskop und Logik-Tester. Das ist mal ganz cool für Nerds, wenn man mal wieder aufs Modular-Meeting kommt. Du hast einen riesen Klotz am Handgelenk, Mann. Aber sonst war es halt nur, man hat so ein... Ja, das hast du in der Tasche, aber du hast einen riesen Klotz am Handgelenk und du hast das Teil in der Tasche. Ja, genau. Du musst ja beides haben. Komm mal nicht hinterher. Ich verstehe nicht, was du... Und das Thema mal, sonst kriegen wir wieder Kommentare böse. Absolut. Ja, ohne Ende. Ein anderer Hinweis in Richtung, wie heißt das, Chat. Wenn jemand möchte, dass wir Synthesizer antesten, dann bitte einen Promocode oder einen NFR an den guten Non-Erik schicken und dann gucken wir mal, ob wir das antesten oder nicht. Okay. Bevor wir weitermachen mit dem nächsten Thema, auch hier ein Hinweis aus dem Chat. Also Chat ist sinnvoll, denn für das Apollo gibt es eine Promo von UAD, wo Plugins gratis sind. Die Aktion endet am 31.12.2014. Hier ist sie. Da bekommt man eine ganze Menge, wenn man an Plugins kostenlos hinzu. Am meisten natürlich, wenn man sich hier unten das dicke, fette Apollo 16 kauft, dann kriegt man den Wert von 1200, naja, das sind fast 1300 Dollar Plugins dazu geschenkt. Abgewinn. Guck ich mal, was wir noch für Themen hier haben. Oder, oh, wir sind schon bei 12.58. Aber wir haben fünf Minuten später angefangen. Aber wir haben ja noch die Tipps. Und der Mogulator hat den Tipp schon in der Hand. Der ist nämlich wirklich gut, der Tipp. Ja, vielleicht haben einige noch dieses unglaubliche Gerät. Vielleicht nehme ich das mal so, dass man es auch sehen kann. Unglaublich hässlich, 140 Euro, aber technisch geil, weil es hat LED-Grenze. So, und da hat sich jemand gedacht, das hacken wir. Und da machen wir einen Sequencer draus. Und sieht man das, dass da der Licht durchläuft, weil ich habe im Moment, ja, so. Naja, es läuft natürlich durch alles durch. So. Und es kann ziemlich viel. Also man kann die Längen einstellen, die Velocities. Das ist ja alles drauf. Ich habe jetzt das Layout nicht drauf, weil ich habe es noch nicht ausgedruckt. Das ist also super neu. Das Ding heißt Sequencer, also Z-A-Q und dann Enzer. Kostet etwa 70 Euro. 69, glaube ich. Und ist ein 32-Step-Sequencer, den man sich da reinschießen kann. Man kann auch wieder zurück, indem man die alte Firmware wieder reinmacht. Und man behält auch die Autorisierung für die Software, weil da gibt es so einen Challenge-Code. Man behält also auch diese. Ja, genau. Da sieht man ja eigentlich alles. Es gibt so ein Video. Bei mir auf der Seite ist es auch der linken Video, wer das sehen möchte. Genau, hier. Auf dieser tollen Seite. Na, hier. Genau. Kann man sich das angucken und dann dorthin finden, weil da steht zwar im Moment noch nicht mehr, aber man kann es halt da kaufen und sich angucken. Und ja, man stellt das halt ein. Und dann kann man das, wenn man hier reinsteht. Cooler Tipp. Vielleicht den zweiten auch noch hinterher, nämlich dass es den iProfit VS gibt. Nein, 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 das ist mein Tipp. Nein, 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 nein. Das ist jetzt deiner? Sorry, nein, nein, nein. Du kriegst nur einen Tipp. Es heißt nicht Tipps der Woche, sondern Tipp der Woche. Okay, dann frage ich mich jetzt, was denn dein Tipp ist. Mein Tipp? Ja. No, der iProfit natürlich. Ja, jetzt musst du es erklären. Jetzt mache ich erst mal den Rolf klar hier mit seinem Tipp. Dave Smith, Curtis Filter Modul. Ja, genau. Der Filter ist da immer für jeden Synthesizer Hersteller alter analogen Schule ein Markenzeichen. Und auch wenn Herr Dave Smith den Curtis Filter selber nicht erfunden hat, bringt er, hat er ihn doch jahrelang verwendet und verwendet ihn immer noch in seinen, allen seinen Geräten bis hin zum Profit 8, 12. Und das gibt es jetzt als Modul, als Eurorec-Modul mit einem kleinen VCA noch mit dazu. Und das finde ich eigentlich eine tolle Idee, weil er letztendlich seinen Markenkern, würde der Marketing-Mensch sprechen, als einzelnes Modul zur Verfügung stellt. Und jeder, der immer mal so einen Filter haben wollte, aber sich nicht gleich einen kompletten Dave Smith Synthesizer kaufen möchte, kann das jetzt für, ich weiß gar nicht, das kostet gar nicht so viel, 100 irgendwas Dollar, sich in sein hoffentlich vorhandenes Eurorec-System reinstellen. Finde ich eine schöne Idee. Sieht auch klasse aus und klingt halt wie ein Curtis Filter. Ist eine schöne Sache. Herr Ammermann, haben Sie einen Tipp für unsere Crew? Bekanntermaßen bin ich ja nicht so ein Plug-in-Junkie, habe ich ja häufig schon gesagt. Und ich werde mal wieder einen inhaltlichen Tipp abgeben für ein tolles Ereignis. Ich hatte die Gelegenheit, jetzt kürzlich in Amsterdam auf der IBC den neuen Planet der Affen zu sehen. The Dawn of the Planets of the Ape. Ich weiß gar nicht, wie er ihn vorstellt. Der hackt da auf seiner Tastatur rum. Ja, das ist der Mogulator. Den wollte ich ihm gerade über den stillen Kanal Bescheid geben, oder? Dass er kurz gemutet wird. Broteske Hacker wahrscheinlich. Anyway, der Film ist, also mal abgesehen davon, dass es eine sehr gute Story ist. Ich hatte auch das Glück, den in 3D, in so einem neuen 3D-Verfahren oder was das ist, das Dolby 3D-Verfahren, aber mit so einem höllen neuen Gigaprojektor auf irgendeiner Wahnsinnsleinwand zu sehen. Das war ein unglaubliches Erlebnis, rein visuell, aber auch akustisch. Die haben dann Dolby Atmos System aufgebaut gehabt und wer die Gelegenheit hat, ihn in der Republik in Dolby Atmos sehen zu können, kann ich nur empfehlen. Die Skywalkers, die es gemacht haben, der Mischer war vor Ort, mit dem konnte ich noch ein bisschen reden. Die haben wirklich es geschafft, ein Ereignis zu schaffen, ein akustisches Ereignis zu schaffen, was auch schon bei Gravity, das ich ja auch empfohlen hatte, der Fall war, wo man wirklich nicht so ein reines Gadget-Gefühl hat, wo irgendwie alles um einen herumfliegt und man sich aber fragt, was soll der Quatsch, außer dass es ein toller Effekt ist. Nein, man hat das Gefühl, man ist wirklich in der Geschichte drin, die Musik umgibt einen, aber nicht idiotisch, sondern einfach, man hat einfach ein komplettes mit in der Geschichte drin sein Gefühl. Also der Füße wird bald rauskommen. Tom, worauf muss ich denn achten, damit ich dann auch wirklich diese Version sehe und höre, von der du sprichst? Was ist das für eine? Es muss ein Dolby Atmos Kino sein, in das du reingehst, da musst du vorher fragen. Wir haben ein paar in der Republik, in Berlin gibt es zwei, glaube ich. Hast du auf dem Kopf, welche das sind? Ja, ich weiß, das Film ist da am Potsdamer Platz. Da ist ein Atmos Kino drin. Und was man jetzt noch klären muss, ist, ich bin nicht sicher, ob es eine deutsche Übersetzung davon geben wird. Es wird eine deutsche Übersetzung geben, aber es ist die Frage, ob es die auch in Dolby Atmos geben wird. Relativ viele Filme kommen in Atmos raus, aber sind nicht deutsch übersetzt. Das heißt, wenn man die Atmos-Version wirklich erleben will, muss man, was sie in Berlin am Potsdamer Platz, soweit ich weiß, auch machen, muss man die englische Version sich dann ansehen. Aber mal ganz nebenbei, es ist auch eine tolle Geschichte. Es ist, ich hätte jetzt fast gesagt, auch gut gespielt, aber es ist fast alles animiert, es ist fast alles CGI, unfassbar. Da haben zwar immer noch Leute in blauen Anzügen mit Kugeln dran, irgendwie gespielt, wie man das ja so kennt aus dem neuen CGI-Film. Aber es ist trotzdem, es ist echt ein Spektakul, wirklich. Abgefahren, absolut. Vielleicht kann ich mir das mal antun. Ja, mach das mal, wirklich. Es ist wirklich, es ist ein neues Erlebnis. Wirklich, die haben wirklich, der Kollege hatte wirklich, es schien mir ein relativ junger Kollege zu sein, was die Mischung auch tatsächlich, die Mischung klingt wirklich frisch und sie klingen überhaupt nicht artifiziell, sondern man ist einfach mittendrin in der Geschichte. Das nimmt einen wirklich mit. Gut, dann kommen wir zu meinem Tipp der Woche. Und das ist der iProfit von Arturia. Kostet so um die 8 Euro im deutschen App Store. Und der iProfit ist der zweite Synthesizer, den ich selber im Original besessen habe, den es jetzt als Emulation fürs iPad gibt. Vorher war es der MS-20 von Korg. Und jetzt der Profit. Und man denkt ja erst mal, bei iProfit habe ich zuerst gedacht, ah, Profit 5. Nein, aber der VS. Und VS steht für Vector Synthesizer. Und das ist auch die Besonderheit hier. Das ist im Prinzip ein Vorläufer der Wavetable-Synthese. Da gibt es vier Slots für kleine Samples. Die werden dann hier schön mit so einem Joystick hin und kann man das Verhältnis dieser Wellen zueinander bestimmen. Und deswegen klingt das Ganze auch digital ähnlich wie so ein Wave-Synthesizer. Aber der Original-Profit-VS hatte ja auch analoge Verstärker und analoge Filter. Und diese Mischung war sehr, sehr gut. Und das bringt hier dieser iProfit auch rüber, den Sound. Das sind auch die Original-Factory-Presets, die ich immer benutzt habe, dabei. Besonders ist, dass der iProfit meiner Meinung nach viel, viel besser zu bedienen ist als das Original. Denn beim Original hatte ich nur einen Fader und einen Taster und ein Zwei-Segment-Display. Und damit konnte man eigentlich keine Sounds editieren, was hier wunderbar funktioniert. Also auf jeden Fall mein Tipp der Woche ist der iProfit von Arturia. Und loopbare Höhekurven ist ja auch ganz cool. Übrigens keine Samples, es sind eigentlich additive Mischungen von One-Cycle. Also eine Periode, also ich muss hier doof klug scheißen, aber einschränken. So ähnlich wie Cork früher mit DWGS. Also es gibt eine Periode, eine Schwingung ist da drin, die man bauen kann, beziehungsweise die da verwendet werden kann. Und da hat man vier Ecken und kann dann mit einem Joystick da entsprechend rumfahren. Und das macht die Höhekurve. Und deswegen gibt es dann ganz verschiedene Klänge. Und das ist auch das, warum es so ein bisschen an die Wavetables erinnert. Übrigens bei Wavetables sind es ja auch generierte Dinge, also One-Cycle-Gespiegelte. Sehr, sehr ähnlich. Klanglich geht das auch in die ähnliche Richtung. Und ich glaube auch, dass der Profit-VS-Cork hat ja dann irgendwann Sequential Circuit gekauft und dann daraus dann die Wave Station entwickelt. Ja, genau. Da hat auch Dave Smith mitgewirkt und man hat das so toll in Plattformen gemacht. Und auf der, die dann verkauft worden ist, fehlte dann die Resonanz, weil die Power nicht mehr reichte. Aber es ist ein immer noch interessanter Synthesizer, den man heute so für 200 Euro kriegen kann als Hardware. Und eine X-Version gibt es dann auch noch, die ist ein bisschen erweitert. Da kann man von außen noch einen Wokoda dran, den es dann gibt und so. Ja, das ist es. Das ist es. Das ist ein gutes Schlusswort. Bevor wir Schluss machen, möchte ich noch hinweisen auf meinen Facebook-Account. Non-Eric, da könnt ihr eine Freundschaftsanfrage stellen. Da posten wir auch gerne mal so kleine Snippets, kleine Zusatzinformationen, ein paar Bilder aus dem Studio und so weiter und so fort. Und dann haben wir den Musetalk YouTube-Channel, den könnt ihr und müsst ihr abonnieren. Auch da findet ihr natürlich alle unsere Videos, genauso wie auf unserer Webseite. Hier zusätzlich aber dann oft auch noch Download-Links, mehrere Links und das unglaubliche, riesige Archiv von Musetalk. Das zurückgeht bis ins Jahr 2006. Wir haben es im Kasten. Der Männchen ist wieder umgefallen. Ist das schon wieder umgefallen? Ich hoffe nur, dass das kein schlechtes Omen ist, denn wir hatten ja letzte Woche hier Aufnahmeprobleme, die regelmäßigen Zuschauer werden das mitbekommen haben. Schlechtes Bild, aber einigermaßen guter Ton. Wir hatten ein sehr diffuses Problem mit unserem H.264-Rekorder von Blackmagic. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob das im Endeffekt dann doch nur ein kaputtes USB-Kabel war. Aber ich hoffe, dass wir jetzt eine Sendung im Kasten haben und deswegen bedanke ich mich beim Tom, dass er dabei war. Vielen Dank, Tom. Immer wieder sehr gerne. Beim Mogulator. Danke und tschüss. Bei Rolf Wörmann. Grüß dich aus Frankfurt. Jo, und sage... Hamburg. Sag nur noch, make more music mit Musetalk. Bis zur nächsten Sendung hier auf diesem Sender. Tschüss. 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 Tschau. Wenn man winken kann...